Wie ihr am Titel erkennen könnt, habe ich mir ein neues Format ausgedacht. Heute geht es um 5 YouTuber, die die schlechtesten Thumbnaids machen. Ich entschuldige mich für den Superlativ, aber mir ist kein besserer Titel eingefallen. Falls euch ein besserer einfällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann benenne ich das Format um. Ich erkläre euch kurz, nach welchen Kriterien ich die Thumbnaids bewerte. Was sie für mich zum Beispiel schlecht macht, ist vor allem der Punkt, dass das dort Gezeigte nicht im Video vorkommt oder übertriebener dargestellt wird, als es eigentlich ist, wie zum Beispiel beim ersten Kanal, über den ich gleich rede. Natürlich wird auch das Aussehen an für sich gewertet, was selbstverständlich einfach nur meine subjektive Meinung ist. Punkte da wären zum Beispiel, dass es visuell überladen ist, im Auge beißt oder halt einfach schlecht aussieht. Übrigens werte ich es auch als schlecht, wenn die Thumbnaids einfach übernommen oder geklaut wurden. Natürlich bleibt es nicht aus, dass einige YouTuber hier vorkommen, über die ich schon mal geredet habe. Ist ja auch nicht weiter schlimm, da es heute ja ausschließlich um die Thumbnaids geht. Platz 5 auf der List hier sind die Prank Bros. Man kennt sie ja allgemein. Und jeder weiß, dass sie den übelsten Trash-Content bringen. Aber wie sieht es mit den Thumbnaids aus? Natürlich nicht sonderlich gut, sonst wären sie ja nicht im Video. Das sage ich viel zu oft. Wisst ihr, das Problem dabei ist, dass ich mir die Videos ja auch anschauen muss, um auch sicher sagen zu können, dass die Thumbnaids unpassend sind. Ihr könnt euch vorstellen, was es für eine Qual ist, sich ein 20-minütiges Prank Bro-Video anzuschauen. Aber was macht man nicht alles für seine Community? Marvin und Calvin haben sich mal wieder eine ganz besondere Idee für ein Video ausgedacht. Falls Ausdenken Clown heißt. Wer als letztes Nein sagt, bekommt 10.000 Euro Challenge. Noch nie gesehen. Was neben der ganz dezenten gelben Video-Leiste noch auffällt, ist ja das Thumbnail. Dort sieht man Calvin... Marvin? Calvin? Keine Ahnung. Einer von den beiden hat auf jeden Fall stechend lilane Haare und ein primäres männliches Geschlechtsorgan auf der Stirn. Der andere hat eine Glatze. Ebenfalls wird versprochen, dass irgendeiner von den beiden mit der Freundin Schluss macht und das Ganze in 24 Stunden passiert. Natürlich nicht nur, weil das ein Trennthema ist und nicht mehr in den Titel passt. Nein, nein, das wird schon alles 24 Stunden gedauert haben. Da bin ich mir sicher. Doch wie sehen Kel... Ich nenne die beiden jetzt einfach Melvin. Wie sehen die Haare von Melvin 1 denn jetzt im Video aus? Ich bin mal auf das stechende Lila gesch... Boah, da fällt ja fast kein Unterschied auf. Na, dann hat der andere doch bestimmt eine Glatze, oder? Oh ja, irgendwie nicht so. Es wird euch nicht wundern, wenn ich sage, dass auch mit keiner Freundin Schluss gemacht wurde, oder? Dann hätten wir das erste Thumbnail durchgearbeitet. Negative Punkte, Übertreibung und Versprechungen, die nicht im Video stattfinden. Ein paar hätte ich aber noch auf Lager. Was ist auf diesem Thumbnail schiefgegangen? Rufe niemals die 666 um 3 Uhr nachts auf FaceTime an. In Klammern geht schief. Also entweder ist das Handy aus Gummi oder komplett demoliert. Die Kanten sind sowas von krumm, es sieht doch kein normales Handy aus. Oder liegt es daran, dass wer auch immer dieses Thumbnail gemacht hat, es nicht auf die Ketten bekommen hat, das Bild richtig ins Handy zu photoshoppen? Es klippt über. Danke, dass der rote Pfeil auch noch genau auf die Stelle zeigt. Wirklich vielen Dank. Ihr habt mehr Arbeit abgenommen. Neben schlechten Photoshop-Künsten haben die beiden es auch nicht so drauf, Sachen realistisch zu gestalten. Auf dem Thumbnail, eins Nacht im schlechtesten Hotel in unserer Stadt verbringen. Challenge in Klammern. Schlechte Idee. Wollen sie zeigen, dass jemand in ihr Bett geschissen hat? Und es ist ihnen gelungen. Verdammt gut gelungen. Schaut einfach selbst. Sag mal, was soll denn bitte das darstellen? Ich glaube, euch hat jemand ins Hirn geschissen und nicht aufs Bett, verdammt. Negative Punkte, Clickbait, Übertreibung, Fake. Ich habe keine Lust mehr auf dem Kanal. Kommen wir zum nächsten. Und der Typ ist nochmal eine Nummer schlimmer. Es geht um Just Nero. Ja, richtig gehört. Der Typ, der Thumbnails von anderen kritisiert, hat früher selber ganz schön schlechte Dinge rausgehauen. Mal Spaß beiseite. Meine Thumbnails waren damals wirklich nicht so gut. Und zwar nicht auf der Clickbait-Ebene, aber die sahen halt einfach so beschissen aus. Schaut einfach mal hier. Mein letztes Video, was noch von mir on ist. Für das ich mich nicht komplett in Grund und Boden schäme. Neurolyse 4. Primix aka ArpoRed Junior. Erstmal, was ist das für ein bescheuerter Titel? Und dann dieses klägliche Etwas, was sich Thumbnail schimpfen soll. Im Hintergrund Viagra-Pillen, weil der Typ einen Viagra-Prank gemacht hat. Dann diese drei random draufgekackten Schriftzüge. Und in der Mitte die HIV-Schleife. Wie kann man es so hart verkacken? Das war noch nicht alles. Stellt euch mal vor, ich damals total happy, dass ich 2000 Abonnenten geknackt habe. Was mache ich dann? Ein 25 Fakten-Special. Zur Feier des Tages habe ich euch ein Thumbnail der Extraklasse hingezaubert. Ich habe ein Screenshot von meinem Kanal gemacht und 2000 Abos-Special reingeschrieben. Um das Ganze abzurunden, noch ein Smiley, der kaum sichtbar ist. Wenigstens kann man die Schrift lesen, im Gegensatz zu meinem alten Top 5 YouTuber Video. Ja, ich habe diese Top-Listen schon ganz am Anfang gemacht. Nur waren sie da komplett bescheiden. Was ich ebenfalls nicht verstehe, ist, dass das Pharao-Video bald die 300.000 Klicks voll hat. Bei dem Thumbnail wäre mir direkt die Lust vergangen, darauf zu klicken. Wer guckt sich so einen Mist an? Das schreckt einen doch sofort ab. Zum Glück ist der gute Zabex seit dem Captain Cubecraft Video im Nagelstudio. Nagelstudio. Thumbnail heißt, wörtlich übersetzt, Daumennagel. Ich schätze, ich habe genug über meine Eigenkreation gemeckert. Negative Punkte. Unfassbar hässlich. Platz 3. Ich weiß, ich weiß, El Margo war schon in einem Ranking von mir vertreten und ich habe auch im Unge-Video über ihn geredet. Trotzdem ist er ebenfalls ein guter Kandidat für dieses Ranking. Mein erster Kritikpunkt ist halt auf jedes Video von ihm anwendbar. Ständig diese unfassbar überzogenen Mimiken, die kein normaler Mensch machen würde. Außer er. Ja, ich weiß an wen ihr gerade denken musstet, aber den Witz bringe ich jetzt nicht nochmal. Das Ding ist halt, dass die Thumbnails zwar ganz gerne übertrieben sind, aber wenigstens kommt das, was man dort sieht, auch im Video vor. Allerdings sind sie allesamt geklaut. Jedes einzelne. Zumindest von denen, die ich mir angeschaut habe. Deswegen gehe ich davon aus, dass es bei ihm Konsens ist. Ist halt wirklich leicht rauszufinden, da er seine Quelle meistens verlinkt. Wenigstens eine Sache, die er teilweise richtig macht. Leider nur weit unten in der Beschreibung. Ich finde immer noch, dass sowas weit nach oben gehört. Wenn man den Link anklickt, kommt man nicht auf die Thumbnail-Übersicht. Dafür müsst ihr die URL kopieren und in der YouTube-Suchleiste eingeben. Zum Beispiel von dem Video hier. Live im Fernsehen, die peinlichsten TV-Fails. Man sieht auf dem Thumbnail, wie ein Typ gerade dabei ist, sich lang zu machen. Um ihn ein roter Kreis und ein roter Pfeil, der nochmal darauf zeigt. Na Gott sei Dank, sonst hätte ich es noch übersehen. Die URL mal ganz flaut eingegeben und schon sieht man, dass das Thumbnail einfach 1 zu 1 übernommen wurde vom Original. Oder von dem, der das Video geklaut hat. Also, man hätte sich ja wenigstens die Mühe machen können, einen eigenen Ausschnitt aus dem Video zu zeigen, anstatt einfach komplett was zu übernehmen und nur die Visage drauf zu packen. Bei dem Video, verfluchte Puppe bewegt Kopf live auf der Kamera, fehlt die Quelle leider und ich kann nicht nach dem Original-Video suchen. Dafür aber bei dem Video hier. Völlig entstellt. Man hat Beulen am ganzen Körper. Finde ich eher uncool. Wenn schon recht wenig Arbeit im eigenen Video steckt, könnte man doch wenigstens eigene Thumbnails machen. Negative Punkte, geklaut und Clickbait. Der nächste Platz wurde ebenfalls bei mir schon thematisiert, aber der macht es ähnlich wie ein Margo, nur nochmal ein paar Noten schlimmer. Platz 2 ist Markey bzw. Marky. Wie beim Platz vorher sind die meisten Thumbnails geklaut. Er hat es allerdings so weit getrieben, dass selbst ein englischsprachiger YouTuber schon ein Video über ihn gemacht hat. Ich verlinke euch das Video von JT in der Beschreibung. Schaut rein, falls es euch interessiert. Marky hat auf seine erste Runde Fortnite reagiert. Komischerweise sieht die Runde laut dem Thumbnail genauso aus wie die von Lachlan, falls man den so ausspricht. Mit dem kleinen Unterschied, dass der Schriftzug geändert wurde und Marky den Kopf des Original-Youtubers rausgeschnitten hat. Leider war dann zu blöd, den Hintergrund wieder anzupassen. Deswegen sieht die Zone hinter Markys Kopf komplett anders aus, als die vom restlichen Thumbnail. Schon blöd, wenn man das so auffällig macht und dann noch ein Ding von einem englischsprachigen YouTuber kassiert. Das ist leider kein Einzelfall bei ihm. Auf beiden Kanälen wird es ständig gemacht. Als ob das noch nicht genug wäre, kommen die Sachen aus den Thumbnails oft überhaupt nicht vor. Als Beispiel dafür, dieses Video lässt dich wow schreien. Nein, dieses Video lässt mich du vollidiot schreien. Wir sehen links eine vollkommen überzogene Visage und rechts eine Hand mit einem dicken Abszess. Das originale Video ist nicht in der Beschreibung verlinkt, also wieder unnötig Arbeit für mich, das Bild zu suchen. Ihr kennt mich, den Aufwand nehme ich natürlich auf mich. Das Thumbnail ist von Erziland geklaut. Klar, ist es Clickbait, aber man sollte es wenigstens ins Video packen, wenn es schon auf dem Thumbnail ist. Macht er halt nicht. Es kommt nicht ein einziges Mal vor. Ich habe es durchgeschaut. Es ist nicht drin. Nicht mal die am Anfang gezeigte Szene kommt vor. Was ist das bitte? Wenn man beachtet, dass das wirklich fast jedes Mal so ist, ist er denke ich verdient auf dem zweiten Platz. Negative Punkte. Clickbait, Fake, kommt nicht im Video vor und geklaut. Ihr denkt jetzt, okay, wie kann es denn jemanden geben, der Thumbnail-technisch noch weiter unten ist als er? Oh Leute, den gibt es. Grüße gehen raus an Platz 1. Mastak. Ich gehe auf seine Videoübersicht und bekomme das kalte Kotzen. Ich habe selten so unästhetische Clickbait-Thumbnails gesehen wie auf diesem Kanal. Bei einem musste ich mega anfangen zu lachen, ohne Spaß. Er übertreibt es gelinde gesagt ein wenig. Damals, als Wabab von Bibi rauskam, hat er ein Video darüber gemacht, dass er der eine-millionste Dislike war. Also erstmal Props für das Thema, da kann man schon mal laut applaudieren. Vor allem bei dem Thumbnail. Ich habe es geschafft und der Beweis mit einem roten Kreis, an dem ein Pfeil ist, der auf einen weiteren roten Kreis zeigt. Schön wie rot. Ist ja an Ästhetik kaum zu überbieten. Aber darum soll es gerade nicht gehen. Zwei Wochen später hat er folgendes Video gedroppt. Verprügelt von Bibi-Fans. Trennstrich, Bibis Beauty Palace. Also wir wissen ja, dass Bibi-Fans wahrscheinlich so im Schnitt 10 sind. 10 und weiblich. Yo, Oli wird sich freuen. Mastak ist ja ein richtiger Schrank. Ziemlich viele Muskeln und ich schätze ihn recht groß ein. Wisst ihr, was passiert, wenn so jemand auf Bibi-Fans trifft? Ich auch nicht, aber dafür haben wir ja das Thumbnail. Ich meine, das Ganze ist ja nur ein lustig gemeintes Parodie-Ding, aber das rechtfertigt nicht diesen Unfall von Thumbnail. Bro, was im Dreiteufelsnamen hast du dir dabei gedacht? Danke dafür, Bibi. Und fünf rote Pfeile, die auf eine blutverschmierte Visage zeigen. Neben solchen Eskapaden zeigt er auch Dinge, die gar nicht im Video vorkommen und allgemein recht wenig damit zu tun haben. Yo, Oli kassiert erneut. Ja, schön wäre es. Würde mich darüber freuen. Nur leider ist das im Thumbnail offensichtlich nicht Yo, Oli, auch wenn ein roter Kreis um irgendeinen Kopf gezogen wurde. Und das war auch nicht während eines Kissing-Pranks. Ich bin ziemlich enttäuscht gewesen, als man im Video nicht gesehen hat, dass er aufs Maul bekommt. Und dadurch bekommt man fast 300.000 Aufrufe. Wow. Ich zeige euch jetzt noch drei weitere Thumbnails, bei denen ich mir dachte, boy, muss das sein? Wer wird Millionär? Wie weit komme ich? Man sieht ihn mit Günther Jauch, ein roter Pfeil zeigt auf ihn mit dem Schriftzug. So habe ich die eine Million geknackt. Soll ja suggerieren, dass er bei Wer wird Millionär gewonnen hat. Dass das mal wieder maximaler Clickbait ist, war jedem klar. Oder Weltsensation, das erste Bild vom schwarzen Loch. Über dem Bild von dem schwarzen Loch steht das gesperrte Video, dank Artikel 13. Am Anfang des Videos sagt er, dass das Video vielen nicht angezeigt wurde und dass deswegen Artikel 13 so ist. Nein, hundertprozentig nicht. Artikel 13 bzw. Artikel 17 greift noch lange nicht. Bis es erstmal umgewandelt wurde, vergehen noch grob ein bis zwei Jährchen. Du wolltest ja wissen, woran es liegt. Kann es sein, dass dein Video entmonetarisiert wurde? Dadurch wird es halt schlechter gerankt, falls du es nicht wusstest. Ansonsten kann ich dir nur eins mit auf den Weg geben. Hör auf, die Thumbnails so zu überladen. Das schreckt einen sowas von ab. Negative Punkte, Clickbait, Fake, Inhalt kommt nicht im Video vor, Lügen, unästhetisch wie sonst was, eine Menge rote Pfeile und Kreise. Muss doch wirklich nicht sein. Falls du das siehst, Mastag, wir haben ja damals miteinander geschrieben wegen dem Pharao-Video. Du bist ja privat ein megakorrekter Typ, aber deine YouTube-Präsenz ist eher so... Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch ein paar Kandidaten für dieses Format habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Tschüss!